Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 446. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Es gab viel Feedback. Vielen Dank für die vorige Episode. Einmal zu der Atmo, die ich extra drin gelassen habe und auch, und das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil das eigentlich nur so ein Gedankenfurz war, der mir beim Spazierengehen in den Kopf kam, vor allem auch viel Feedback zu den Filamentlampen. Das reichte von genauso hell wie die herkömmlichen über die machen schönes Licht bis hin dazu, dass deren Licht eher für Sexy Time geeignet sei. Also durchaus Meinungspluralität im Publikum. Die Leuchten selbst sind hier eigentlich überhaupt kein Thema für unseren Haushalt. Erstmal haben wir keine passenden Lampen dafür und ich habe vor allem ehrlich gesagt zu viele unbenutzte Smart Home Leuchten rumliegen, die wir gerade nicht mehr benutzen können, weil wir im alten Pastorat in Husum beispielsweise andere Lampen schon vormontiert an der Decke hatten, die andere Fassungen haben als die, die wir hier haben. Dementsprechend erstmal das aufbrauchen, was da ist. Irgendjemand schrieb auch, hey, die gibt es auch schon für Smart Home. Und dann hatte ich sofort so eine kleine Stimme im Kopf, die sagte, wir haben Smart Home zu Hause. Ganz großartig diese Woche. Das Wochenende bestand darin, dass wir Besuch hatten von lieben Freunden und das war super. Wir haben zusammen rumgechillt und haben uns nett unterhalten und tatsächlich eine Wanderung gemacht mit den Hunden. Dann sind wir über den Schleiwanderweg gelaufen. Wir haben uns gefragt, die Grenze zwischen Spaziergang und Wanderung, wo verläuft die? Man kann ja mit dem Hund rausgehen. Das ist kein Spaziergang, weil man ja etwas tut. Dann kann man einfach nur spazieren gehen, so rumlaufen und dann kann man auch noch wandern. Aber das ist ja im Prinzip auch rumlaufen. Und deswegen war jetzt meine Definition. Wandern beginnt da, wo man einen Rucksack mitnimmt, wo irgendwas drin ist, zum Beispiel was zu trinken oder ein kleiner Snack für die Reise, wenn man irgendwo länger da bleibt. Keine Ahnung. Und dann gibt es natürlich Wanderungen. Ja, also ich glaube, wenn man einem ausgeschilderten Wanderweg folgt oder der Harzer Wandernadel hinterherjagt, dann wandert man automatisch, denn da kann man nicht spazieren gehen. Da ist man ja auf einem Wanderweg. Aber es ist alles noch nicht hundertprozentig geklärt. Auf jeden Fall war es ein super Wochenendepunkt. Es gibt ein Update zu unserem Auto. Die gegnerische Versicherung hat endlich die Zahlungszusage geschickt. Das Geld ist unterwegs. Hat auch nur knapp ein halbes Jahr gedauert von der Schadensmeldung bis zur Anerkenntnis des Schadens und der Bestätigung. Ja, wir zahlen jetzt dann demnächst. Damit ist immer noch nicht gesagt, dass sie wirklich auch zahlen, weil das Geld ist erst dann da, wenn das auf meinem Konto ist. Das ist bisher noch nicht passiert. Aber ich bin guter Dinge, dass das jetzt dann demnächst kommt. Und vor allen Dingen ist das etwas, wo ich dann einen ganzen Stapel Papier einfach wegheften kann und der damit erledigt ist. Das ist total fein. Das freut mich ganz außerordentlich. Ich bin ziemlich schnell. Die Woche war wieder einmal sehr arm an Notizen für Podcast Bezug. Mal gucken. Europaministerkonferenz steht hier noch als mögliches Thema. Da war ich nicht. Da war meine Anwesenheit nicht erforderlich. Wir haben den Beitrag über dieses Solarfeld veröffentlicht. Da habe ich in der vorigen Folge drüber gesprochen. Dann diese Geschichte hatte ich, glaube ich, auch erzählt. Die Bahnfahrt, die notwendig war nach Bad Segeberg mit dem Elektrozug, mit dem Akkuzug. Da gibt es jetzt insofern die Weiterdrehe, dass das nächste Interview dazu fertig ist. Das letzte, was dann noch fehlt, findet kommende Woche statt. Und viel mehr war eigentlich gar nicht an Arbeit. Ansonsten bleibt nur noch Netflix. Wir haben die Serie Bodies geguckt. Bodies ist eine Miniserie mit acht Folgen, die auch dann abgeschlossen ist, die nicht weitergeht. Und darin geht es darum, dass eine Leiche plötzlich auftaucht in einer Londoner Straße. Und die ist erstmal nackt. Dann hat die nur ein Auge. Also ein Auge ist raus. Und die hat ein komisches Tattoo auf dem Handgelenk. Und dann passiert das aber in vier unterschiedlichen Zeitebenen nochmal. Und das ist alles irgendwie miteinander verwoben. Wir sind irgendwo in 1890. Wir sind in 1941. Wir sind in 2023. Und wir sind in 2050. Und alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Das ist super spannend. Und das ist natürlich wie immer, wenn es um irgendwelchen Zeitquatsch geht, immer total unlogisch. Und irgendwann bleiben immer Fragen offen. Aber ich fand auch, also erstmal ist gut gemacht. Und ich fand aber auch schön und bemerkenswert, dass diese Serie auch ethische Fragen zum Thema Zeitreise aufwirft. Also sollte man das machen. Gibt es. Ist nicht die Erste, die das macht. Ist nicht das erste Mal, dass irgendjemand sich mit Zeitreise auseinandersetzt. Das ist mir auch klar. Aber hier fand ich das richtig gut, wie die das gemacht und umgesetzt haben. Davon ab bin ich jetzt die halbe kommende Woche Strohwitwa. Die Herzdame ist unterwegs und kommt erst am Mittwochabend wieder. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit der ganzen Freizeit anfangen soll. Das ist natürlich total bescheuert. Nein, das ist ja immer so, wenn sie ankündigt, dass sie wegfährt, dann freue ich mich immer, dass ich mal ein bisschen Zeit für mich habe und mal nicht nur um mich kümmern muss. Und umsonst relativ wenig. Und wenn sie dann weg ist, dann ist mir relativ zügig langweilig. Weil ich nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Dieses Mal ist das ein bisschen einfacher. Ich bin insofern beschäftigt, als der Hund hier geblieben ist. Das heißt, da ist schon mal viel zu tun. Da sind dann auch mehrere logistische Fragen, die da einfach offen bleiben. Also ich kann dann eben nicht so leicht mal irgendwo zum Termin fahren, weil der Hund irgendwie beaufsichtigt sein muss. Darum muss ich mich dann kümmern oder ich nehme dann einfach mal einen Termin nicht an. Oder ich sage halt, okay, ich kann das irgendwie so organisieren, dass, keine Ahnung, irgendjemand den Hund mal für ein paar Stunden nimmt. Einfach damit ihn nicht hier alleine zu Hause rumliegt, denn das mag sie einfach nicht. Und das muss ja dann auch nicht sein. Wie das funktioniert, werde ich dann mutmaßlich in einer Woche erzählen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen gestresst klinge. Das ist auch so, weil ich gerade wahnsinnig viel gemacht habe. Ich habe noch schnell den ersten Tag der Sonntagsöffnungszeit in Schleswig-Holstein genutzt, habe noch ein paar Sachen eingekauft, die ich fürs Abendessen brauchte. Das habe ich zubereitet, habe den High Alarm Podcast soweit vorbereitet, wie es mir jetzt noch möglich war. Denn den zeichnen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich das sage, in zwei Stunden auf. Der erscheint dann am 20. wie gewohnt. Und jetzt wollte ich noch schnell irgendwas machen, habe ich vergessen, keine Ahnung. Sehr gut. Ach, der Hund muss nochmal raus. Genau, das ist jetzt das Nächste. Und dieser Podcast muss ja auch noch nachbearbeitet, veröffentlicht werden. Und um 20 Uhr muss ich, wie gesagt, hier sitzen und mit Benni den High Alarm Podcast aufnehmen. Das wird ganz toll. Hab richtig Bock. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass alle, die sich nicht aktiv gegen das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland einsetzen, von ihren politischen Ämtern zurücktreten sollten. Bis sie das tun oder bis eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas von dem Podcast. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.